Hallo und herzlich willkommen hier im Rhein-Energie-Stadion. Ich darf Sie zu diesem heutigen Spiel begrüßen. Ihre Kommentatoren sind wie gewohnt Wolf Fuss und Frank Buschmann und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. 1. FC Köln gegen Hannover 96. Wichtige Liga-Partie für beide Seiten, Wolf. Beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser umsetzen kann. Schauen wir kurz auf die erste Hälfte des 1. FC Köln heute. 5-3-2 sehen wir heute bei Ihnen. Ist auch nicht die gebräuchlichste aller taktischen Grundordnungen. Ja, aber wer weiß, Wolf, das könnte schon passen. Grundsätzlich sind Sie damit natürlich erstmal defensiv ausgerichtet. Aber dann kommt es aufs schnelle Umschalten ab. Und so gehen es die Hannoveraner an. Sie greifen heute zu einem offensiven 4-5-1. Ja, sie wollen also mit einem geballten Mittelfeld zum Erfolg kommen, wollen viel Druck ausüben und den Gegner zu Fehlern zwingen. Vielen Dank, liebe Fans. Und nun natürlich viel Spaß bei dieser Partie hier im Rhein-Energie-Stadion. Anschluss Köln. Und damit läuft diese Partie. Und da verlieren sie den Ball. Rani Khedira. Baumgartel. Leitner. Stindl. Rani Khedira. Jetzt das Anspiel aus dem Flügel. Da ist die Flanke. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Fodolski. Rokadia. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Lukas Klünter. Baumgartel. Rani Khedira. Und Robin Koch. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Philipp Box. Rani Khedira. Leitner. Öztun Ali. Leitner. Robin Koch. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Philipp Box. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Ochs. Rani Khedira. Ja, klasse Pass. Leitner. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Einwurf jetzt. Engels. Engels. Höger. Milivojevic. Rokadia. Marco Richter. Robin Koch. Und die Chance ist vorbei. Er wirft sich in den Schuss. Die Ecke kommt. ein klasse gerettet in höchster not in aller höchster not das ding war fast drin keins riesenglück gerade gold richtig gestanden auf der linie verhindert das sichere tor höger blockadier ja guter pass bodolski pöger gute aktion vom keeper hechtet da zum ball sehr aktiv sehr aufmerksam sehr beweglich absoluter rückhalt so wie hier zu sehen da kommt die ecke baumgarten rani khedira phil box ochs marco richter guter pass jetzt wird jetzt gefährlich da kommt die flanke super dazwischen gegangen phil box geht dazwischen und hatte ball kuba mal wolf klar das gibt die einwurz jetzt ist die kugel weg leitner östunali stindl robin koch ball läuft da gut jetzt leitner lewina zunali da ist die flanke holt sich den ball im eigenen 16 sie machen schon sehr früh druck es gibt ein wurf und damit ist der ball weg das gibt ein wurf gutes anspiel luka miljojevic schöner einsatz kann klären es gibt eckball er gehen den strafraum der reingabe kam gut aber der ball ist erstmal weg vielleicht klappt es jetzt es gibt eine weitere ecke der ball kommt rein klar gibt ein wurf runny kittier ronny kittier robin koch kittier baumgartel viele box marco richter jetzt müssen sie aufpassen stehendel im moment kommen sie nicht richtig durch die abwehr steht gut hektor schossen konnte jetzt der ball kommt hoch ein rektor er hält sich gerne auf einer linie mit den verteidigern auf aber dann hat das timing nicht ganz gestimmt baumgarten rani khedira philipp ox gut gespielt bei geht nach außen robin koch ist tonali leitner robin koch stünde ja der nächste tolle pass und jetzt gehen sie über die flügel muss einwurf geben das sieht vielversprechend aus es gibt ecke ball kommt in die mitte war kein so was für kopfball geiten tor verdient gehabt aber wir sehen es der ball geht am ende knapp daneben keins klärt in zeiten aus wird natürlich einwurf geben jetzt ok die ja viel vorwärts drang jetzt jakob bruschikowski marius wolf leitner wenn es jetzt schnell geht dann wird es gefährlich baumgarten philipp ox wieder so ein klasse pass stünde sie drängen nach vorne guter aufbau leitner und robin koch und er schießt den ball erwischt er gar nicht gut und so ist der schuss natürlich überhaupt kein problem für den tollhütter weil sie sich da über die so nicht ab zu leitner rani kidd ja wo die die gartel die 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 Robin Koch, Baumgartel, Leitner, da lassen sie den Ball gut laufen, jetzt die Flanke, können sie was draus machen, Chance zur Führung, er verhindert die Flanke. Bald heißt es also wieder Bundesliga-Fußball für den 1. FC Köln, dann geht es auswärts gegen den SC Freiburg. Und da freuen wir uns auf eine hoffentlich hochklassige Begegnung. Misslungene Ballannahme hier im Bedrängnis, Ball ist erstmal weg, jetzt sind sie am Ball. Baumgartel, Lukas Klünter, Robin Koch, Marco Richter. Da ist die Flanke, da können sie erstmal klären. Jetzt ein Eckball und vielleicht packen sie die Führung hier. Kurze Ecke. Na, gute Gelegenheit vielleicht, aber sie stehen ihm auf den Füßen. Geklärt hier, aber keine schlechte Gelegenheit. Gebt jetzt Einwurf. Engels. Und Kuba. Höger. Kuba am Ball. Wolf. Höger. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Lukas Klünter. Baumgartel. Stindl. Robin Koch. Philipp Box. Rani Khedira. Baumgartel. Östunali. Philipp Box. Robin Koch. Ochs. Er holt sich den Ball. Einwurf Köln. Und das ist der Ballverlust. Wodolski. Höger. Kainz. DFC hier in der Vorwärtsbewegung. Das könnte die Gelegenheit geben. Da könnte was entstehen. Gefahr erstmal bereinigt. Chance zum Konter jetzt. Baumgartel. Rani Khedira. Lukas Klünter. Leitner. Robin Koch. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Levin Östunali. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Lukas Klünter. Leitner. Östunali. Robin Koch. Ja, der ist Platz jetzt. Und er schießt. Schwacher Abschluss. Überhaupt nicht gefährlich. Philipp Ox. Und Robin Koch. Leitner. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Die Flanke hat er verschenkt. Ball im Haus. Die Flanke hat er verschenkt. 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 leitner stindl sie kommen sie machen das sehr clever hier liegt die führung so langsam in der luft robin koch stindl stindl ein guter block hier stark dazwischen gegangen nicht zum ersten mal leute gute aktion podolski den balkan abfangen rani khedira viele box robin koch baum gartel leitner es tun ali robin koch das könnte der gelegenheit werden da geht er hin und kann den schuss abfangen diese makronen die 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 so gerade noch über die latte gelenkt jetzt die ecke vielleicht geht da was tolle reaktion vom torhüter da der gut aufgepasst richtig gut geschossen aber noch besser gehalten knappe geschichte hier bei diesem freistoß ball wird abgefälscht und dann wird es richtig eng der ball ist fast drin wäre es fast passiert er gehen den strafraum diesen kopfball hat er ganz ohne probleme er der war wieder genau noch hart war gar nichts baum gartel lukas künter noch ist die lücke nicht da aber vielleicht gelingt jetzt der führungstreffer rani kidira baum gartel leitner last indel er hat es etwas werden können es gibt noch zwei minuten oben drauf und kuba die abwehr steht gut und sicher im moment ist da kein durchkommen da verlieren sie den ball da wäre mehr drin gewesen rani kidira lukas künter es tun ali kidira baum gartel philip box marco richter robin koch rani kidira lukas künter so jetzt ist erstmal pause steht hier noch 0 zu 0 ich bin gespannt ob ihr ein team in der zweiten hälfte noch mal mehr ins risiko geht sharp bis hier bis web Sekirat roh bis Vielen Dank.